In diesem Video lernen Sie, wie Sie vom OPAC ausgehend einen elektronisch verfügbaren Zeitschriftenartikel finden. Für viele Angebote ist es notwendig, dass Sie sich im Netzwerk der Universität befinden oder per VPN-Client darauf zugreifen. Die Anleitung zur Einrichtung des VPN-Zugangs finden Sie auf den Seiten des Rechenzentrums der Universität Augsburg. Geben Sie den Titel des Aufsatzes in die Zeile Titelwörter ein. Klicken Sie anschließend auf Suchen. Die Trefferliste gliedert sich in drei Reiter. Unter Katalog der UB Augsburg sind die Augsburger Bestände aufgeführt. Der Katalog der UB Augsburg verzeichnet jedoch keine einzelnen Zeitschriften Aufsätze, sondern nur jeweils die ganze Zeitschrift. Deshalb werden Sie hier nach Eingabe des Aufsatztitels keine Treffer erzielen. Im Reiter Bayerischer Verbundkatalog werden Bestände aufgeführt, die an den wissenschaftlichen Bibliotheken in Bayern vorhanden sind. Auf der Suche nach elektronischen Aufsätzen hilft Ihnen dies leider meist nicht weiter, denn die hier angeführten Volltexttreffer sind in vielen Fällen nur für eine andere Bibliothek in Bayern lizenziert. Ein Zugriff von der Universität Augsburg aus ist dann leider nicht möglich. Mit etwas Glück ist es aber möglich, dass Sie den gewünschten Aufsatz unter dem Reiter Aufsätze und mehr finden. Ist hier ein Volltextbutton vorhanden, können Sie den Aufsatz in der Regel sofort abrufen. In vielen Fällen wird jedoch die Eingabe des Titels des Aufsatzes in keinem der Reiter zu Treffern führen, so in diesem Beispiel. Um einen Aufsatz zu suchen, geben Sie daher nicht den Titel des Aufsatzes, sondern den Titel der Zeitschrift in die Zeile Titel ein. Um eine übersichtliche Trefferanzeige zu erhalten, können Sie zusätzlich im Feld Besondere Medientypen die Option Zeitschriften auswählen. Klicken Sie auf Suchen. In der Trefferliste sind elektronische Publikationen meist mit dem Add-Zeichen versehen. Klicken Sie auf den Titel, um zur Einzeltrefferanzeige zu gelangen. Klicken Sie auf den Button Volltext. Sie werden nun auf die Seite der EZB weitergeleitet, der elektronischen Zeitschriftenbibliothek. Das grüne Ampelsymbol zeigt an, dass Sie Zugriff auf den Volltext haben. Über einen Klick auf Zu den Volltexten gelangen Sie auf die Webseite der Zeitschrift. In diesem Beispiel führt ein Klick auf die gewünschte Ausgabe direkt zum Volltext des Zeitschriftenheftes. Am Ende noch ein Tipp. Sie können Ihre Suche nach einer elektronischen Zeitschrift auch direkt in der EZB beginnen. Den Link hierfür finden Sie auf unserer Homepage im Bereich Recherche. In der EZB sind eine große Zahl von elektronischen Zeitschriften nach Fächern sortiert aufgelistet. Ein Ampelsystem zeigt zudem die Zugriffsmöglichkeiten von der UB Augsburg aus an. Ist die Ampel grün, bedeutet dies, dass die Zeitschrift frei im Internet verfügbar ist. Ist das Ampelsymbol in der EZB gelb, bedeutet dies, dass die Zeitschrift nur vom Campus aus oder über VPN zugänglich ist. Auch kann es sein, dass nur bestimmte Zeiträume zugänglich sind. Bei diesem Beispiel von 1997 bis 2004. Eine rote Ampel zeigt an, dass diese Zeiträume oder auch die ganze Zeitschrift von der Universität Augsburg aus leider nicht zugänglich sind. Viel Erfolg bei der Recherche!